So Freunde, was geht bei euch? Heute Battlefield 5. Es ist ein neuer Trailer rausgekommen und damit auch einige Informationen zu den ganzen Multiplayer-Karten, die es bei Release und auch zum Teil nach Release geben wird. Battlefield 5 startet mit insgesamt 8 Karten. PanzerStorm, die neunte Karte, kommt einen Monat nach Release, aber trotzdem sehen wir hiervon auch schon ein bisschen. Rotterdam und Navi kennen wir ja schon aus der Beta und Alpha, dementsprechend werde ich da nicht so heftig drauf eingehen, aber was wir beispielsweise noch nicht kennen, ist die Karte Hamada. Wir haben davon zwar schon in den einen oder anderen Gameplay-Schnipsel mal gesehen, aber jetzt sehen wir sie ja in nicht ganz voller Pracht, aber wir sehen schon ein bisschen mehr. Das ist die größte Battlefield 5 Karte, die es gibt und dementsprechend spielt hier der Fahrzeugkampf eine ziemlich große Rolle. Wenn wir hier mal in den Spawn-Screen gucken, dann sehen wir erstmal in der Zahl 7 Flaggen, was jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich hoch ist, aber das heißt ja auch nichts, das hat ja nichts mit der Größe der Karte unbedingt zu tun. Aber was wir noch sehen, sind hier zumindest vom Start aus nur 2 Panzer und 2 Flugzeuge. Allerdings, davon sollte man sich jetzt nicht abschrecken lassen, falls sich immer davon abschrecken lassen hat, denn man kennt es ja aus Battlefield, vor allem bei solchen großen Karten, dass wenn man bestimmte Flaggen einnimmt, dass man dann auch bestimmte Fahrzeuge bekommt. Hier ist es glaube ich so, dass wenn man G einnimmt, bekommt das Team, was G hält, dann ein Flugzeug. Dazu gibt es ja noch das Reinforcement-System, dass man sich mit Squad-Punkten eigene Fahrzeuge und Panzer reinrufen kann. Dementsprechend sollte das hier definitiv nicht zu kurz kommen und was eventuell zu kurz kommen könnte, wobei es nicht so aussieht, ist der Infanterie-Kampf. Denn ja, man kennt es von so riesigen Karten, die Hälfte snipet irgendwie rein, die andere Hälfte sitzt in Fahrzeugen und der Rest versucht irgendwie was Nützliches zu tun, aber es ist dann halt recht schwer, weil man dann relativ alleine damit ist. Aber wenn man sich mal die einzelnen Flaggen so anguckt oder auch die Wege zwischen den Flaggen, so beispielsweise der A, B, D und C, dann sieht man, dass das eben nicht so der Sinai-Style ist, von wegen alles offen, hier ist Sand und ja sonst nichts. Und hier sieht man, dass es eben nicht so ist, auch wenn man sich die einzelnen Flaggen anguckt, dann wird da schon ziemlich viel mit Deckung, unterschiedlichen Ebenen und Tönen gearbeitet und so weiter. Das ist ganz nice, aber wie es sich denn spielt, das werden wir sehen, wenn wir das Ding denn spielen. Dementsprechend möchte ich hier nicht irgendwie jetzt sagen, hier wird niemand rein snipen und dann snipen alle rein. Ich denke mal, hier wird gut reingesnipet, vor allem da oben, von oben nach unten und so weiter. Das eine Team ist oben, das andere unten, dann wird da richtig hart reingesnipet. Aber das werden wir einfach mal sehen. Ich denke, man kann hier auch gut mit, ich sag mal, normalen Waffen spielen, also nicht nur Sniper. Ich glaube, hier kommt man damit auch gut klar. Freunde, weiter zur nächsten Karte und das ist Devastation. Das ist kein Abklatsch von Rotterdam. Es spielt auch in Holland und am Anfang oder so mit der Zeit mit den Trailern und so weiter. Und auch später haben viele Leute gesagt, ja, das ist einfach nur Rotterdam in zerstört. Aber das ist nicht so. Das ist klar, das spielt auch in Rotterdam, aber in einem ganz anderen Abschnitt. Hier ist nichts mit der Brücke und so weiter. Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Teil der Stadt, dementsprechend nicht mit der Rotterdam-Karte zu vergleichen. Es gibt ja eine riesige Kirche in der Mitte der Karte, wo man auch, soweit ich weiß, auf die unterschiedlichen Ebenen hoch kann. Hier gibt es keine Flugzeuge, hier herrscht nur Infanterie und Panzerkampf. Es soll eine sehr schnelle Karte sein. Also, ja, ich würde einfach mal so sagen, also wenn ich so von oben mir angucke, fünf Flaggen. So, der Mittelpunkt ist die Kirche. Man kann auch links und rechts vorbei. Vielleicht kann man es ganz gut irgendwie, vielleicht sogar mit Walter Ergon oder so im Stadtstyle vergleichen. Also, es sieht zumindest so aus, weil halt in der Mitte alles aufeinander prallt. Es gibt links und rechts noch zwei Wege außenrum, aber sonst nicht wirklich viel. Eine Stadtkarte im Walter Ergon-Style zumindest sieht so von oben halt her aus. Die nächste Karte ist auch eher auf dem Bodenkamm fixiert. Auch wenn er Aerodrom auf einem Flugplatz spielt, gibt es hier keine Flugzeuge. Es gibt Panzer und Infanterie, insgesamt sechs Flaggen, ausgeglichen. Dementsprechend wird so zwischen C und D alles aufeinander prallen. Da ist ja auch alles zerstört. Trotzdem, dass es von oben so ein bisschen offen aussieht, gibt es da eine Menge Deckung in Form von kaputten Fässern und Flugzeugen, die da rumstehen. Ja, was ich bei diesen Karten immer so ein bisschen befürchte, vor allem, weil es davon gleich noch eine gibt, ist, dass der Fahrzeugkampf, weil es gibt ja nicht nur die Panzer, hier zwei pro Team, sondern es gibt ja noch Transportfahrzeuge zusätzlich und es gibt ja noch das Reinforcement-System. Die Karte ist von sich aus nicht so groß. Dementsprechend zwei Panzer pro Team, optimal, gar nichts dran auszusetzen. Aber wenn dann vielleicht noch pro Team nochmal zwei zusätzliche Panzer dazukommen, plus eventuell Transportfahrzeuge, dann nimmt der Fahrzeugkampf auf so einer recht kleinen, eigentlich Infanterie-basierten Map schon ein bisschen überhand. Ich meine, es ist richtig geil, wenn so jedes Team irgendwie zwei Panzer hat und wenn man die dann erledigt, dann merkt man das auch so beim Spielen und hat so ein bisschen die Übermacht. Aber wenn die Fahrzeuge denn zu viele werden, so die einen kämpfen da hinten rum, die anderen fahren rein und so weiter, dann, ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn es auf so einer Infanterie-Karte zu viele Fahrzeuge gibt. Ja, da habe ich immer so eine kleine Befürchtung, aber sonst, ich denke, auf die Karte kann man sich absolut reinhalten. Vor allem ich halte mich auf diese Panzer-Infanterie-Karten extrem rein und dementsprechend die nächste, hier gibt es zwar keine Panzer, das ist Fjell 652, hier gibt es Infanterie und Flugzeuge. Keine Panzer, dafür Flugzeuge. Die Karte ist, glaube ich, mit die kleinste, zumindest von den Flaggen her. Es gibt insgesamt fünf Flaggen und es spielt absolut im Schneegebiet, beziehungsweise im Gebirge. Jedes Team hat seine zwei Flaggen, A, B und E und D und in der Mitte ist dann die C-Flagge. Wobei ich hier gar nicht glaube, dass das hier bei C alles aufeinander prallt. Das ist so ein kleines Dorf da drüben, weil es hier halt auch noch sehr viele Flankiermöglichkeiten gibt. Es gibt hier sau viele Wege durch die Klippen da durch und so weiter, wo man überall reinflankieren kann. Dementsprechend, glaube ich, nicht, dass es hier so ein Walthergon-Style wird, wobei die Karte offiziell von DICE mit Walthergon verglichen wird. Aber so von oben sieht das für mich gar nicht so in die Spielrichtung aus, vielleicht von der Größe her. Aber sonst denke ich mal, hier gibt es so viele Wege, wo man drumherum kann. Das wird kein Walthergon aufeinandertreffen, da ist dann eher die andere Karte für zuständig. Ja, Flugzeuge, gibt es da fünf Flugzeuge oder ist es einfach nur so klein, dass ich nichts lesen kann? Leute, ich gehe mal nicht davon aus, dass es hier fünf Flugzeuge pro Team gibt. Moment. Hä, da steht eine Fünf. Als ob es hier fünf Flugzeuge gibt. Ist an der Stelle was Neues, aber kann auch sein, dass DICE das so machen möchte, weil es eben so viele Flugzeuge gibt, dass die Flugzeuge dann gar keine große Möglichkeit haben, auf die Infanteristen zu gehen die ganze Zeit und die halt sozusagen wegzufahren, weil es halt immer gegnerische Flugzeuge am Himmel gibt, die halt dazwischen funken. Fünf Flugzeuge pro Team. Gucken wir mal, wie sich das Ganze spielen wird. Weiter geht es mit der nächsten Karte und das ist, glaube ich, eine Karte, auf die sich so die meisten reinhypen. Das ist auch die Karte aus dem ersten Trailer. Ich denke nicht, dass sich die Leute deswegen reinhypen. Aber Twisted Steel ist auch wieder eine sehr große Erobungskarte und sieht an der Stelle wirklich sehr schön aus. Es gibt insgesamt sieben Flaggen, sehr viele Flaggen, die auch so positioniert sind, dass es da nicht großartig ist. Ich meine, wir haben in der Mitte diese riesige Brücke, wo auch extrem viele Sachen rumstehen. Das ist nicht einfach eine gerade offene Fläche, das ist eine riesige Brücke mit zwei Flaggen bestückt. Da wird auf jeden Fall heftig gefaltet werden. Ich denke, das ist so mit der Mittelpunkt. Allerdings kann man halt auch, und das feiere ich so bei der Karte, unter der Brücke durchgehen, rechts von der Brücke durchgehen und links von der Brücke durchgehen und so eventuell auch mal die komplette Brücke flankieren, wenn das möglich ist. Allerdings muss man hier auch mit einberechnen, dass es hier sehr viele Fahrzeuge gibt. Es gibt eine Menge Panzer, es gibt eine Menge Flugzeuge und die Karte ist sehr, sehr groß. Trotzdem soll sie sich ziemlich schnell spielen. Ich glaube, entweder man liebt die Karte oder man hasst die Karte. Ich glaube, damit kann man das Ding wirklich ziemlich gut beschreiben. Wem Twisted Steel trotzdem zu wenig Fahrzeuge hat, dafür ist die Panzer-Storm-Karte da, die circa einen Monat nach Release ins Spiel kommt. Oder ein paar Wochen, glaube ich. Im Dezember kommen sie auf jeden Fall ins Spiel. Und dazu habe ich ja schon ein paar Informationen rausgehauen. Dazu gibt es jetzt neue Informationen. Und zwar gibt es pro Team sieben verschiedene Panzer, drei verschiedene Reinforcement-Slots, womit man auch nochmal Fahrzeuge ins Spiel rufen kann. Und dann noch pro Team drei Flugzeugplätze. Also gibt es insgesamt 26 Fahrzeuge auf dieser Karte. Das ist abnormal. Ich glaube, gab es sowas schon mal. Jeder, der auf krassen Fahrzeugkampf steht, der wird hier definitiv seinen Spaß mit haben. Jetzt komme ich zur letzten Karte. Das Ding heißt Arras. Ist mittelgroß, ist wieder eine Fahrzeugkarte. Zumindest am Obrungskampf natürlich. Flugzeuge gibt es, Panzer gibt es. Von beiden nicht so viele. Zwei pro Team vom Start aus her. Es gibt insgesamt sechs Flaggen. Der Mittelpunkt ist die, ich würde sagen, E-Flagge. Und ich glaube, man kann das Ding ziemlich gut mit Quentin aus Battlefield 1 vergleichen. So allein auch schon von der Flaggenanordnung so ein bisschen. Außen sind so mehr oder weniger offene Flächen, die die verschiedenen Flaggen außenrum miteinander verbinden. In der Mitte ist so eine, ja, Stadt kann man es nicht nennen, so ein Dorf mit vielen Häusern. Ich glaube, das ist Quentin in Battlefield 5 sozusagen mit ein paar schönen Sonnenblumenfeldern an der Stelle. Ich meine, es geht ja darum, dass ihr euch da ganz gut was darunter vorstellen könnt, wie die Karten sich spielen und wie sie aussehen. Und ich denke, Quentin passt ja eigentlich ziemlich gut. Auf der Karte wird wahrscheinlich sehr viel rumgesniped, wahrscheinlich sogar mehr als auf Hamada. Das ist ja immer hier die Sache, wenn der Rand so offen ist und man in die Mitte, wo die Action ist, reingucken kann. Ja, Freunde, was haltet ihr von den Karten? Was ist eure Lieblingskarte? Oder, ja, wenn man es zumindest schon so sagen kann, allein von den Informationen und vom Aussehen her. Ich denke, wir haben hier eine recht gute Abwechslung zum Start. Scheint für jeden was dabei zu sein. Freunde, was ist eure Lieblingskarte so vom Sehen und Hören jetzt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand, was B5 angeht. Falls ja, freue ich mich sehr beim decken Daumen nach oben. Ein Like, wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, freue ich mich auch sehr beim Abo. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Tschüss!